Wir haben Wine in Moderation auf einer Messe in Mainz kennen und lieben gelernt und wir finden einfach jeder der Wein produziert sollte einen verantwortungsvollen Umgang mit Wein auch an seinen Kunden weitergeben. Im Betriebsalltag ist es ganz einfach ich gebe Gästeführungen und auch Weinproben und da weise ich schon bei der Buchung darauf hin, dass bitte niemand mit leerem Magen kommt. Ich schenke die Gläser nie ganz voll und ganz wichtig finde ich auch, dass Wein nie über den Durst getrunken wird, sondern immer mal ein Wasser zwischendurch. Also ich persönlich liebe die Kulinarik, ich esse gern und mein Lieblingsthema zum Wein ist einfach die Schokolade. Ich finde da gibt es so schöne Nuancen, es schmelzt auf der Zunge, das ist einfach perfekt für mich.